So, Hallihallo, herzlich willkommen zum Let's Play von Outlast Whistleblower. Ja, leider Gottes, Outlast musste natürlich ein DLC rausbringen. Ich dachte, ich werde heute endlich mal einkommen, aber nein, nein, es musste ein DLC rauskommen. Was ich jetzt natürlich freudestrahlend spielen werde. Wir werden sehen, wir fangen einfach an. Wir spielen auf normal. Auf Wahnsinn, um Gottes Willen. Normal. Ich finde schon schlimm genug, dass es keinen einfach gibt. Okay, wir wollen mal gucken. Ich kann nur eine Stunde aufnehmen. Weil sonst die Webcam sagt, oh, goodbye. Ich habe ein bisschen Fleck auf dem Zettot. Auf dem Bildschirm, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass du mich hier befummelst. Ich bin sehr gut. Ich kann mich nicht aufnehmen. Ich kann mich nicht aufnehmen. Sie sagten, Hoffnung hat eine ladelle Entschuldigung gemacht. Hoffnung? Sie sind nicht glücklich über das? Nein. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Komm schon. Was hat der damit seiner Lust Hunger gemacht? Das war ich schon zuvor. Das ist der Typ, der uns im Hauptspiel geschrieben hat. Wir spielen den Typen, der uns im Hauptspiel geschrieben hat, dass wir hier hinkommen sollen. Warum ist die Grafik so gut? Ich glaube, sein Bein ist gerade eingeschlafen. Kann das sein? Drück schon Senden. Warum ist die Grafik so gut? Nein, ich glaube, das ist egal. Ich glaube, wir reißen eine ganze Zeit. Genau. Ich würde ausrasten, wenn sie mich jetzt angucken. So. Oh, okay. Verzeihung. Ich bin ein bisschen spät. Aber rennen kann ich schon mal. Ach, hier unten war mir doch das Letzte. Ist ja gut, ich komme ja schon. Gut, Ding will beide haben. Oh, okay. Hier, oder was? Ich bin am Start. Bis dem Aerocode gehört. Oh, was? Was gibt denn da ein? Keine Wetterlösung. Oh, okay. Oh. Unseren Freunden, Mr. William Parker, sind nicht sehr unnötig für den Programmierter Menschen, sondern unglaublich in der Kirche. What? Sie werden mich vergewaltigen? Vergewaltigung, Vergewaltigung? Was? Don't let them do this! Don't let them! You! I know you can stop this! You have to help me! You have to! Hey! Calm yourself! This is a high security! It's alright, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Äh, ja. Genau. Ich bin sehr wild darauf, dass ich fertig bin. Standing by. Arterial Spin Labeling is back online. Good. Positioning Imaging Plains. You're finished, Mr. Wayland Park. And leave. Don't expect anything but off. Is it not that we're going to move on? Sure, hold on. Oh, Leute. Das sieht aber nicht gesund aus, was ihr hier macht. You're done here, Mr. Park. You need to exit the wing, sir. Geh ja schon. Verzeihung. Guten Tag. Guckt mich nichts an. Ich bin hier der... Der... Computerfuzzi. Ich kann von hier, oder? Ja. Oh, verzeihung. What? What? Au. Warum legt das so? Alter, meine FPS gehen richtig runter. Und wie aus? Malen Park. Konsultantkontrakt 82. Topfuzitioner. in Level 3 Security Care. Graduated Privat aus Berkeley, aber trotzdem nicht so smart genug zu wissen, dass das letzte Ding ein Fly sollte in einem Spider-Trab tun ist, dass es Wiggle ist. Somehow dumm genug zu denken, dass ein Laptop-Laptop, Onion-Router, und Firewall-Patch wäre genug für die Welt's leitige Behandlung für Biometriebe. Stupid, Mr. Park. Mehr als stupid. In fact, das war verrückt. Ich glaube, wir müssen Sie verabschieden. Was ist das? Was ist das? Was? 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 Die Mirkoff-Korporation und der Aufwärtsmarsch der Science empfehlen Ihre Braverie und Sacrifice. Vielleicht können Sie, Mr. Park, hier ein Licht... Was? Okay... Alter, das klingt nicht gut. Klingt nicht gut. Nee. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht tun konnte, die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid, ich hab verkackt. Ich dachte, ich tue das richtig, ich hab sowas von verkackt. Okay, ja, ich erinnere mich. Oh, shit. Ausdrehen. Good bye. Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Oh, shit. No. Shit. 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 Oh. Shit. 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 Oh, ich habe mich getäuscht. Ja, dieses Spiel. Alter, es ist die Hölle, oder? Es ist einfach nur die Hölle. Oh, ich hab sie mir durch die Tür zugemacht. Okay. Okay, ist in Ordnung. Oh, es ist schrecklich. 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 Schrecklich ist das. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufenden. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Die ganze Aufmerksamkeit haben. Mirkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität. Um deines Willens, Lisa. Und für die Jungs. Aber ich hätte Mirkoff Plus stellen sollen. Zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht, bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt. Zu gefährlich. Warte mal. Sie haben was, sie denken nicht klar. Lassen Sie mich ihr alles klarstellen. Jetzt sollten Sie versuchen auswärts Hilfe zu holen. Dann gebe ich Ihnen einen neuen Grund, Angst zu haben. Drohen Sie mir? Ja. Ja, man ist ja ehrlich, ja. Streitlich. Ich muss aufpassen, meine Batterien ei. Das Problem ist leider, ich habe, ich habe, ich habe, warte, ich habe keine Batterie. Die Batterien? Leute, habt ihr irgendwo Batterien liegen? Oh nein. Nicht der War Rider. Nicht der War Rider. Nein, aus. Hat er nicht gerade gesagt, er ist Arzt? Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sages gesehen. Dutzende... Ist das ein L? Dutzende heute ermordete oder... Dutzende Leute? Ich glaube, es soll ein L sein. Dutzende Leute ermordet oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihnen ein Stücker riss. Behauptete, er sei Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte. Sagte er seinem Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt. Alle krank. Es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht. Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Okay. Oh, Wall Rider ficken, Alter. Nee, kann es nicht nicken. Hier gibt es keinen Wall Rider für mich.